Hey ho meine Freunde, DomePL08 ist wieder da, wir machen weiter, Dead Rising 2 und, ich mach einfach mal, ähm, ich hätt mir mal das Video vorher angucken sollen, da hab ich mich erwähnt, was ich machen wollte in dem nächsten Teil jetzt hier, ähm, und zwar, Zone Bricks haben wir genug, ach komm, wir machen jetzt einfach schnell das, wenn wir es schaffen sollten, äh, Mieze, Contest, Contestance, ach scheiß, die Hand an, ja, ja, machen wir mal, hab ich genug Waffen im Inventar, Vorschlaghammer, danke Andro, Vorschlaghammer nennt sich das, hab ich in der letzten Folge irgendwie nicht mehr gewusst, also, danke Andro, du bist mein Held, ich will ein Kind von dir, ey, das hab ich nicht gesagt, ich schwöre, hier war noch eine andere Person im Raum, als ich gerade aufgenommen habe, mhm, ja, Didum didum, hauen wir den Zombies eine rein, didum didum, didum didum, ich glaub, die Mission packen wir, glaub ich, nicht, oder, wo muss ich denn hin für die Mission, ähm, Axe, ist das die hier, ach, packen wir schon, ähm, back, ey, hab ich gesagt, du sollst schlagen, Pfosten, ey, kriegst gleich einen rein, ja, Chuck, Notauskick, ja, perfekt, und, ähm, ah, da warst du schon, ey, roll nicht so schnell, und, perfekt, oh, Ich überspring das aber jetzt, weil, wir haben keine Zeit, Alter, keine Zeit, keine, ach, ich mach noch die hier, ich mach doch den Basey mit den Nägeln, das haut auch noch rein, weißt du, was ich mein, ja, ne, weißt du, was ich mein, ja, dam, 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 so, dann benutze ich aber erst mal, Ah, die hier, was geht denn jetzt, Video, Was ist dat? Oh, ist das eine Biene? Eine Wespe, ne? Oh, da hat irgendwas Grünes an der, was ist denn dat denn? Hä? Was, so, keine Wespe? Äh, okay, also, ja, okay, was war das? Was war das? Okay, scheint ja doch noch einigermaßen blind zu sein. Hau mal rein. Du, guck nicht so, ja. Oh, ich muss da lang. Mach Platz. Ich liebe es zu springen und die dünner zu machen. Dünn. Du bist dünn, der Digger. Na, nicht. Na, cool, ich hab andere Zombies dadurch getroffen. Äh. Ja. Hindernisparcours. Du guckst hoch. Ja. Ey. Oh, wollt ihr mich alle kriegen? Oh, ihr seid hier viel zu doof dafür. Äh. Ja. Zombies sind dumm. Und können schnell zu matsch werden. Hi. Ey. Maus, reagier auf, wenn ich drücke. Sackgesicht. Ach, komm, von hinten. Ähm. Habt ihr nicht gesehen, okay? Hm. Lalalala. 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 Äh, was macht der denn da? Runter. Und du? Runter. Runter. Au. Ha. Ne. Ich hab nix gemacht. Oh, ich hab wieder Bock auf das Schwert. Das Schwert war cool. Das hab ich auch schon mal gezeigt in dem Video, ne? Ja, ich denke schon. Mit dem Schwert geh ich voll ab. Ich mag das Schwert irgendwie am liebsten. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so toll. Ja. Hm. Damit kann man den Zombies so schön zahacken. Ha 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 ha. Ja. Eigentlich geht's ja in dem Spiel. Wenn man nicht diese komischen Misschen... Oh, nicht hier. Oh, fuck. Ich geh auch noch so behindert. Ah, nein. Ich geh mir aus dem Weg. Wow. Glück gehabt. Eigentlich nur. Du Missgeburt. Was willst du? Friss die. Friss das. Ey. Ich besieg den. Der ist hängen geblieben. Ha. Okay. Ja, das ist, wenn man sich die Fresse so weit aufreißen muss, ne? Hier. Rache. Ähm. Ah. Ey, Leute. Irgendwie läuft nix mehr so wie es soll hier. Ähm. Ist die Mission am Arsch gegangen? Wo ist denn der Pfeil? Hä? Wo muss ich denn... Wo muss ich denn hin? Äh. Hier gab es doch so eine komische Messenger. Die Mission am Arsch gegangen ist. Goal. Compronse. TIR. Constance. Ah, den muss ich fertig machen. Das ist die Mission. Ach du Scheiße. Dumme Mission. Vor allem mit meiner Energie ist es... Dumm. Vor allem wo ist der? Wo ist der? Komm her. Komm schon. Ah, da ist der. Ah, pass auf. Schieß den Ball auf dich, du Wichser. Höh. Komm her. Pussy. Trau dich. Wo bist du? Ah, da... Oh. Junge, ich hab nicht mehr so viel Zeit. Oh, fuck. Liegt hier nicht irgendwas präziseres rum? Handgun. Wuhu. Verpisst euch, ey. Och, komm schon, du Missgeburt. Boah, ey. Könnte doch nicht sein, dass er sich verpisst, ey. Ah, da ist er wieder. Höh. Ey, das ist aber auch ne Missgeburt, ne? Guck mal, kann er nicht mal stehen bleiben, der Wichser, ey. Ich fluche wieder zu viel. I'm so sorry. Er kommt nur, wenn ich... Fuck. Fußball. Oh, das war mein... Ah, fick dich. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich schaff das nicht. Ich brauch Energie, ich brauch Energie, ich brauch Energie. Ah, ah, ah. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum liegt denn hier nix? Komm. Überall ist was zu fressen, nur hier nicht, oder wat? Ach du Scheiße, ich werd verrecken. Oh nein. Ich will dich verrecken. Wie dämlich würde das denn kommen? Perfekt. Trink, 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 trink. Nein, das ist nicht gut. Verpisst euch, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ich brauch ne gute Waffe. Komm, stärk dich. Ja, geht ja schon. Was kann ich denn hier zusammen basteln? Ach ja, übrigens. Ha, ha, ha. Verpisst euch. Mädchen. Tiers zu. Hier. Die meisten Dinge, die hier drin sind, die kann man kombinieren. Seht ihr? Rocket Launcher. Oh. Ich hab ne Waffe, um den Mixer zu besiegen. Mein Kumpan. Mein, ach so, toller Freund. Oh, fängt ja schon gut an, ey. Oh, ihr Missgeburten. Ja, seht ihr, jetzt seid ihr tot. Ich hab keine Zeit. Ich muss... ...einen Arschloch besiegen. Ah, da fängt die Musik wieder an. Oh, Rott ist ganz knapp mit den... Ha, nein! Hm. Wo ist der denn? Ah, ich hasse es, ey. Ah, da. Oh, verpisst er sich direkt. Oh, der süße. Ja, der feine Kerl, ne? Und der direkt pisst, Pussypass. Fuck, ich muss den aber... Ich darf mich nicht von dem erwischen lassen. Wenn ich schon mal wüsste, wo der sein könnte. Diese scheiß Zombies gehen mir grad vor auf den Sack. Da kommt er wieder. Höh! Och, komm. Mach keinen Scheiß, du Sackgesicht. Och, ihr Mistge... Ja, der ist fast tot. Äh. Schucke, so... Verpisst euch mal alle, ey. Wo ist der? 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 Hm. Komm, von da hat ein Krieg stehen. Ähm. Da ist er. Ja, komm. Fuck. Jetzt hab ich keine Angst mehr vor dir, du Bastard. Lalalalalalalala. Wie viel Muni hab ich noch? 22? Oh, du bist tot. Drecksack. Ich mach dich fertig. Ach so, kommst du jetzt von der Seite. Von wo kommst du denn? Ich hab mich hier doof hingestellt. Halt ja! Ja! Ich hab den besiegt, oder? Ja! Zum Glück hatte ich diesen Rocket Launcher-Verschnitt da. Nur, dass er doch nicht tot? Ah! Seine Karre ist am Arsch. Ach, Karre. Sein Bike. Oh, okay. Er auch, anscheinend. Die Pussy. Schwanzlutscher, Alter, ey. Entschuldigung, ich lass es sein. Boah, der ging mir auf den Sack. Das ist voll der Feigling. Zu einem super Bike da hin und her am flutschen, ne? Oh, du denkst, du denkst, das ist so easy, Chuck? Wuh, wuh, wuh. Ich schluck erst mal runter, ey. Du denkst, du bist der Mann? Ich bin Chuck Norris. Ich bin der Mann, klar, ey. Ich hab dich besiegt, du. Oh, ne, komm. Oh, ne, komm. Komm, ich hab den besiegt. Ähm, der verliert Öl. Oh, ist der doof. Oh, ist der doof. Tut er hier voll auf Ghost Rider, oder wat, ey? Wuh, hab ich Angst. Wuh, wuh. Ja. War ja klar. Wuh, wuh, wuh. Pfosten, ey. Ging schon von Anfang an auf den Sack, als ich hier diese Mission am Anfang machen musste mit den Bikes. Ah, Level Up. Wuhu. Bike Mo... Nein. Chuck is... Och, geil, geil, geil. Jetzt brauch ich nur noch Ketten sehen. Oder kann man da auch andere Sachen dran machen. Da kann man auch Waffen dran machen, ne? Ja. Ja! Nein! Leck mich doch am Arsch! Oh, ist das ne fette Sache. Ich bin unschlagbar. Nein! Ha! 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 Ihr seid alle weg. Ja, Randale. Shoppen ist geil. Juuuuh! Pickt euch alle in den Arsch. Boah, Alter, die Steuern ist trotzdem nicht die beste. Juhu! Komm. Ne, 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 ne. Ich darf nicht... Na, komm. Tut 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 tut. Bis zum nächsten Mal.